tschitschikow saß aber in bester laune in seinem wagen der schon seit geraumer zeit über die landstraße rollte aus dem vorhergehenden kapitel war zu ersehen was den eigentlichen gegenstand seines geschmacks und seiner neigungen bildete und darum ist es auch nicht zu verwundern daß er sich bald mit leib und seele in ihnen versenkte die vermutungen überschläge und erwägungen die ihm durch den kopf gingen waren sichtlich sehr angenehm denn sie hinterließen auf seinem gesicht jeden augenblick die spuren eines zufriedenen lächelns mit ihnen beschäftigt merkte er gar nicht daß sein kutscher der über den empfang durch das hausgesinde manilovs sehr zufrieden war recht vernünftige bemerkungen an das gescheckte rechte beipferd richtete dieser scheck war äußerst schlau und tat bloß so als zöge er den wagen mit während das braune mittelpferd und das hellbraune andere beipferd welches assessor hieß weil es einst von irgendeinem assessor erworben worden war sich redlich abmühten so daß man in ihren augen sogar das vergnügen das sie davon hatten lesen konnte schwindle nur ich werde dich schon überlisten sagte selifan sich etwas erhebend und dem faulpelz einen peitschenhieb versetzend tu deine arbeit du deutscher hosenheld der braune ist ein ehrlicher gaul er tut seine pflicht ich werde ihm gern ein maß hafer mehr geben denn er ist ein anständiger gaul auch der assessor ist ein guter gaul nun was schüttelst du die ohren hör zu wenn man mit dir spricht du dummkopf ich werde dich nichts schlechtes lehren du flegel wie schleichst du schon wieder er gab ihm wieder die peitsche und sagte dabei du barbar du verfluchter bonaparte dann schrie er alle dreie an he ihr lieben und gab allen dreien die peitsche doch nicht als strafe sondern um ihnen zu zeigen wie zufrieden er mit ihnen war nachdem er ihnen dieses vergnügen bereitet hatte richtete er seine rede wieder an den schecken du glaubst wohl dass du dein benehmen verbergen kannst nein sei redlich wenn du willst dass man dir achtung bezeugt was waren doch die leute des gutsbesitzers bei dem wir eben waren für gute menschen mit einem guten menschen rede ich immer gern mit einem guten menschen bin ich immer gut freund mit so einem trinke ich gern tee oder nehme einen imbiss wenn er ein guter mensch ist einem guten menschen erweist jedermann achtung unsern herrn achtet ein jeder weil er im staatsdienste seine pflicht tat und weil er kollegienrat ist unter solchen betrachtungen gelangte selifan schließlich zu den entferntesten abstraktionen hätte ihm tschitschikow zugehört so hätte er eine menge einzelheiten erfahren die ihn direkt angingen aber seine gedanken waren so sehr mit dem einen gegenstande beschäftigt daß ihn erst ein heftiger donnerschlag veranlaßte zu sich zu kommen und um sich zu blicken der ganze himmel war von dunklen wolken umlagert und auf die staubige landstraße fielen einzelne regentropfen nieder dann erdröhnte ein zweiter donnerschlag viel lauter und näher und es fing plötzlich in strömen zu gießen an anfangs fiel der regen schräg und peitschte erst die eine dann die andere seite des wagens dann wechselte er die angriffsfront und prasselte senkrecht auf das wagendach nieder schließlich fielen die tropfen auch tschitschikow ins gesicht dies veranlaßte ihn die beiden ledervorhänge in denen sich zwei runde fensterchen zum betrachten der aussicht befanden aufzuspannen und selifan zu befehlen schneller zu fahren selifan der mitten in seinem redeflusse unterbrochen war sah schnell ein daß er nicht länger säumen durfte holte sofort unter seinem sitze irgendein zerlumptes etwas aus grauem tuche hervor schlüpfte in die ärmel ergriff die zügel und schrie sein dreigespann an welches kaum die beine bewegte da es sich durch seine belehrenden worte angenehm ermattet fühlte selifan konnte sich aber nicht mehr erinnern ob er an zwei oder drei kreuzwegen vorbeigefahren war nachdem er etwas nachgedacht und sich des ganzen zurückgelegten weges erinnert hatte kam er darauf dass er schon eine ganze menge von kreuzwegen hinter sich gelassen hatte da aber der russe in entscheidenden augenblicken ohne sich überflüssigen betrachtungen hinzugeben immer weiß was er zu tun hat so wandte er den wagen bei der ersten kreuzung nach rechts rief den pferden zu he ihr werten freunde und fuhr im galopp weiter ohne sich viel zu überlegen wohin ihn der eingeschlagene weg bringen würde der regen schien indessen ein richtiger landregen werden zu wollen der straßenstaub verwandelte sich bald in weichen schmutz und den pferden wurde es von augenblick zu augenblick schwerer den wagen weiter zu ziehen tschitschikow wurde schon unruhig da vom besitztum sapakiewiczs noch immer nichts zu sehen war nach seinen berechnungen hätte er schon längst da sein müssen er spähte nach beiden seiten aus aber es war so finster dass man nicht die hand vor augen sah silifan sagte er endlich sich zum wagenfenster hinausbeugend was denn gnädiger herr fragte silifan schau mal hin ist das dorf noch nicht zu sehen nein gnädiger herr es ist nicht zu sehen nach diesen worten stimmte silifan die peitsche schwingend etwas an was eigentlich kein lied aber so lang und gedehnt war daß man dem kein ende absehen konnte es enthielt alles alle ermunternden und anspornenden rufe mit denen man sämtliche pferde in rußland von einem ende des reiches bis zum anderen traktiert eigenschaftsworte jeder art ganz ohne wahl wie sie ihm eben in den sinn kamen es ging so weit daß er seine pferde schließlich sekretäre nannte indessen merkte tschitschikow daß sein wagen nach beiden seiten zu schwanken und ihm heftige stöße zu versetzen begann daraus schloß er daß sie vom wege abgebogen waren und über einen geeckten acker fuhren auch silifan schien es gemerkt zu haben sagte aber kein wort was ist das spitzbube was für einen weg fährst du jetzt fragte tschitschikow was soll man machen gnädiger herr es ist halt so eine stunde man sieht seine eigene peitsche nicht so finster ist es nachdem er dieses gesagt neigte er den wagen so sehr auf die seite daß tschitschikow sich mit beiden händen festhalten mußte nun merkte er erst daß silifan nicht ganz nüchtern war halt halt du schmeißt mich noch um schrie er ihm zu nein herr wie ist's möglich daß ich umschmeiße sagte silifan das wäre gar nicht gut wenn ich umschmisse das tue ich niemals dann fing er an den wagen allmählich umzuwenden und tat das so lange bis er ihn ganz auf die seite legte tschitschikow fiel mit den armen und beinen in den schmutz silifan hielt jedoch die pferde an sie blieben übrigens auch von selbst stehen da sie sehr ermattet waren dieser unvorhergesehene fall versetzte ihn in höchstes erstaunen er stieg vom bock stellte sich vor den wagen stemmte beide hände in die hüften während sein herr im schmutze zappelte und aufzustehen versuchte und sagte nach einiger überlegung sieh mal an da ist er wirklich umgefallen du bist betrunken wie ein schuster sagte tschitschikow nein herr wie ist es möglich daß ich betrunken wäre ich weiß ja selbst daß es gar nicht gut ist betrunken zu sein ich habe wohl mit einem freunde geredet weil man mit einem guten menschen reden darf und darin nichts schlechtes ist und wir haben auch eine kleinigkeit zu uns genommen so ein imbiss ist doch nichts schlechtes mit einem guten menschen darf man wohl auch einen imbiss zu sich nehmen und was sagte ich dir das letzte mal als du betrunken warst wie hast es schon vergessen sagte tschitschikow nein gnädiger herr wie könnte ich sowas vergessen ich kenne meine pflicht ich weiß dass es nicht gut ist sich zu betrinken ich habe nur mit einem guten menschen geredet weil ich werde dich auspeitschen lassen da wirst du wissen was es heißt mit einem guten menschen zu reden wie es euer gnaden beliebt antwortete selifan der mit allem einverstanden war wenn ich ausgepeitscht werden soll so habe ich nichts dagegen warum auch nicht warum soll man mich nicht auspeitschen wenn ich's verdient habe alles steht in ihrer gewalt man muß den bauern einmal auspeitschen denn er vergißt sich zuweilen es muß doch ordnung sein wenn ich's verdient habe so soll man mich nur auspeitschen warum denn nicht auf solche worte fand tschitschikow keine antwort da schien aber das schicksal sich ihrer zu erbarmen aus der ferne ertönte hundegebell tschitschikow gab hoch erfreut den befehl die pferde schneller anzutreiben der russische kutscher hat statt augen einen guten instinkt darum kommt es auch vor dass er mit geschlossenen augen wieder wind daher saust und doch irgendwo ankommt selifan lenkte die pferde obwohl er nicht einen lichtschimmer sah so sicher mitten ins dorf dass er erst dann stehen blieb als die deichselstangen gegen einen zaun stießen und er unmöglich weiterfahren konnte tschitschikow sah durch den dichten schleier des strömenden regens nur etwas was einem dache glich er schickte den selifan das tor zu suchen was sicher sehr lange gedauert hätte wenn es in russland statt der portiers nicht die scharfen hunde gäbe die seine ankunft so laut meldeten dass er sich die ohren mit den fingern zuhielt in einem der fenster leuchtete licht auf das als nebliger streif auch den zaun erreichte und unseren reisenden das tor zeigte selifan fing zu klopfen an und bald ging ein pförtchen auf aus dem eine in einen bauernmantel gehüllte gestalt hervorlugte und der herr und sein diener hörten die heisere weiberstimme wer klopft was macht ihr solchen skandal wir sind reisende mütterchen lass uns übernachten versetzte tschitschikow sieh mal an wie flink er ist sagte die alte zu so einer stunde kommt er gefahren hier ist kein gasthof dass du's weißt hier wohnt eine gutsbesitzerin was soll ich machen mütterchen wir haben uns verirrt wir können doch nicht bei solchem wetter im felde übernachten ja es ist schlechtes wetter und finstere nacht fügte selifan hinzu schweig narr sagte tschitschikow ja wer sind sie denn fragte die alte ein edelmann mütterchen beim worte edelmann wurde die alte doch nachdenklich warten sie ich will's der gnädigen sagen sagte sie und kam schon nach zwei minuten mit einer laterne in der hand zurück das tor wurde aufgemacht das licht erschien in einem anderen fenster der wagen fuhr in den hof ein und hielt vor einem kleinen hause das im finstern schwer zu unterscheiden war nur die eine hälfte war vom lichte beschienen das aus den fenstern drang eine pfütze vor dem hause wurde sichtbar auf die direkt immer das gleiche licht fiel der regen prasselte laut gegen das hölzerne dach und lief in rauschenden strömen in eine zu diesem zweck aufgestellte tonne hinab die hunde bellten indessen mit allen möglichen stimmen der eine hatte den kopf in den nacken geworfen und heulte so gedehnt und mit solcher mühe als ob er dafür gott weiß was für ein gehalt bekäme ein anderer machte die sache kurz und hastig wie ein küster darunter klang wie ein postglöckchen eine unermüdliche diskantstimme die offenbar von einem ganz jungen hund her rührte und alles vervollständigte eine baßstimme es war vielleicht ein sehr alter hund mit rüstiger hundenatur denn die stimme dröhnte wie ein sängerbaß bei einem chorkonzert die tenöre stellten sich auf die fußspitzen vom sehnlichsten wunsche beseelt eine hohe note rein herauszubringen alle reckten sich in die höhe den kopf in den nacken zurückgeworfen aber einer hockt sich das unrasierte kinn in die halsbinde vergraben fast hin und lässt aus der tiefe einen ton los vor dem die fensterscheiben erzittern und erklirren schon nach diesem hundechor der aus solchen musikern bestand konnte man schließen dass das dörfchen recht ansehnlich war doch unser durchnester und durchfrorener held dachte an nichts außer an ein bett der wagen hielt noch nicht als er schon auf den flur hinaussprang und beinahe hinfiel auf dem flur erschien eine andere frau die etwas jünger als die erste schien doch ihr sehr ähnlich sah sie geleitete ihn ins zimmer tschitschikow streifte es mit zwei flüchtigen blicken das zimmer war mit alten gestreiften tapeten beklebt an den wänden hingen bilder mit darstellungen von vögeln und zwischen den fenstern altertümliche kleine spiegel in dunklen rahmen in form zusammengerollter blätter hinter jedem spiegel steckte entweder ein brief oder ein altes spiel karten oder ein strumpf dann gab es eine uhr mit blumen auf dem zifferblatt sonst konnte man nichts unterscheiden tschitschikow fühlte dass seine augenlider so klebrig waren als ob sie jemand mit honig beschmiert hätte einen augenblick später trat die hausfrau selbst ins zimmer eine ältere dame mit einer schlafhaube auf dem kopfe die sie sich offenbar in aller eile aufgesetzt hatte und einer flanellbinde um den hals eines von jenen mütterchen kleinen gutsbesitzerinnen die ständig den kopf etwas auf die seite geneigt über mißernten und verluste klagen dabei aber allmählich geld in leinenbeuteln sammeln die sie in ihren kommoden verteilen in das eine säckchen tun sie lauter rubelstücke in ein anderes fünfzig kopekenstücke in ein drittes viertel rubel von außen sieht es aber so aus als enthielte die kommode nichts außer wäsche alten nachtjacken zwirnknäueln und einem alten aufgetrennten morgenrock der sich später einmal in ein kleid verwandeln wird wenn das alte beim backen von festkuchen und dergleichen einmal anbrennt oder von selbst brüchig wird das kleid wird aber weder anbrennen noch von selbst brüchig werden die alte ist sparsam und dem morgenrock ist es beschieden in aufgetrenntem zustande noch lange zu liegen und später einmal laut testament zugleich mit anderen alten lumpen der nichte einer cousine dritten ranges zuzufallen tschitschikow entschuldigte sich daß er sie so spät beunruhigt hätte macht nichts macht nichts sagte die hausfrau bei welchem wetter hat sie der liebe gott hergeführt so ein ungewitter und schneesturm nach einer solchen fahrt hätten sie etwas essen sollen aber es ist nacht und ich kann nichts mehr bereiten lassen die worte der hausfrau wurden von einem seltsamen zischen unterbrochen vor dem der gast erschrak es klang als ob sich das ganze zimmer plötzlich mit schlangen gefüllt hätte als er aber seinen blick hob beruhigte er sich denn er merkte daß es der wanduhr plötzlich eingefallen war zu schlagen dem zischen folgte sofort ein schnarchen und schließlich nahm die uhr ihre ganze kraft zusammen und schlug zwei es klang als ob jemand mit einem stock auf einen gesprungenen topf schlüge dann aber fuhr der pendel fort ruhig nach rechts und links zu schwingen tschitschikow dankte der hausfrau und sagte ihr daß er nichts brauche und daß sie sich nicht bemühen solle daß er außer einem bett gar nichts wünsche und äußerte nur ein interesse für die frage in was für eine gegend er geraten sei und ob es von hier noch weit zum gutsbesitzer ssobakewitsch wäre worauf die alte erwiderte daß sie diesen namen noch nie gehört habe und daß es einen solchen gutsbesitzer hier gar nicht gäbe kennen sie wenigstens den manilow fragte tschitschikow wer ist manilow ein gutsbesitzermütterchen noch nie gehört es gibt keinen solchen gutsbesitzer was für gutsbesitzer gibt es denn sind's reiche leute oder nicht nein väterchen sehr reiche gibt es hier nicht der eine hat zwanzig seelen der andere dreißig aber solche die hundert hätten solche gibt es hier nicht tschitschikow merkte daß er in eine ordentliche wildnis geraten war ist es wenigstens nahe zur stadt an die sechzig werst werden es sein es tut mir so leid daß es für sie nichts zu essen gibt wollen sie nicht tee väterchen danke mütterchen ich will nichts als ein bett es ist auch wahr nach einer solchen fahrt muß man ordentlich ausruhen machen sie sich hier bequem väterchen hier auf diesem sofa he fetinia bring ein federbett kissen und ein laken was für ein wetter hat uns der liebe gott beschert es donnerte so daß ich die ganze nacht ein licht vor dem heiligen bild brennen hatte ach väterchen dein ganzer rücken und die eine seite sind so dreckig wie bei einem eber wo hast du dich so dreckig zu machen geruht es ist noch ein glück daß ich mich nur dreckig gemacht habe ich muß gott danken daß ich mir die seiten nicht gebrochen habe heilige märtyrer ist das schrecklich soll man nicht den rücken mit etwas einreiben ich danke ich danke machen sie sich keine mühe sagen sie nur ihrem mädel daß sie mir die kleider trocknet und ausbürstet hörst du fetinia wandte die hausfrau sich an das weibliche wesen das inzwischen schon ein federbett hereingeschleppt und es von den seiten so tüchtig durchgeschüttelt hatte daß ein ganzes gestöber von daunen das zimmer füllte nimm den rock des herrn und seine unterwäsche trockne zuerst alles vor dem feuer wie du es für den seligen herrn zu tun pflegtest und dann reibe und klopfe alles ordentlich durch sehr wohl gnädige frau sagte fetinia indem sie über das federbett das laken ausbreitete und die kissen aufschichtete so jetzt ist das bett für sie fertig sagte die hausfrau leb wohl väterchen ich wünsche dir gute nacht willst du vielleicht noch etwas bist du es vielleicht gewöhnt daß man dir vor dem einschlafen die fersen kitzelt mein seliger konnte ohne das gar nicht einschlafen der gast bedankte sich aber für das kitzeln der fersen als die hausfrau gegangen war zog er sich schnell aus und gab das ganze geschirr das er von sich genommen wie das obere so auch das untere der fetinia die ihm ihrerseits gute nacht wünschte und mit seiner ganzen nassen ausrüstung verschwand als er allein geblieben war sah er nicht ohne vergnügen sein bett an das beinahe bis an die decke reichte fetinia verstand sich offenbar gut aufs durchschütteln von federbetten als er mit hilfe eines stuhles auf das bett stieg senkte es sich unter ihm sofort fast bis zum boden und die von ihm herausgedrängten daunen flogen in alle ecken des zimmers er löschte die kerze aus schlüpfte unter die kattundecke rollte sich unter ihr zu einem kringel zusammen und schlief sofort ein er erwachte am nächsten morgen ziemlich spät die sonne schien ihm durchs fenster gerade in die augen und die fliegen die gestern ruhig an den wänden und an der decke geschlafen hatten wandten sich alle gegen ihn die eine setzte sich ihm auf die lippe die andere aufs ohr die dritte bemühte sich sich mitten aufs auge zu setzen diejenige aber die die unvorsichtigkeit hatte sich sehr nahe ans nasenloch zu setzen zog er verschlafen wie er war in diese nase ein infolgedessen mußte er heftig niesen und dieser umstand hatte sein erwachen zur folge er streifte mit dem blicke das zimmer und merkte daß auf den bildern doch nicht lauter vögel dargestellt waren unter ihnen hing ein bildnis kotusows und ein in öl gemaltes porträt eines alten herrn in uniform mit roten aufschlägen wie man sie zur zeit des kaisers paul trug die uhr ließ wieder ein zischen vernehmen und schlug zehn zur türe blickte ein weibliches wesen herein das sofort wieder verschwand da tschitschikow um besser zu schlafen absolut alles ausgezogen hatte das gesicht kam ihm jedoch irgendwie bekannt vor er versuchte sich zu besinnen wer es wohl sein mochte und erinnerte sich dass es die hausfrau war er zog sich sein hemd an seine kleider lagen schon trocken und gebürstet neben ihm nachdem er sich angekleidet hatte ging er zum spiegel und nieste wieder so laut daß ein truthahn der in diesem augenblick draußen vor dem fenster stand das fenster befand sich aber dicht über der erde ihm etwas sehr schnell in seiner sprache vermutlich ich wünsche guten morgen zurief worauf ihn tschitschikow einen dummkopf nannte er trat ans fenster und begann die aussicht zu betrachten dem fenster gegenüber schien sich der hühnerstall zu befinden jedenfalls war der schmale hof vor dem fenster voller geflügel und sonstiger haustiere truthühner und hennen gab es ohne zahl zwischen ihnen spazierte mit gemessenen schritten ein hahn der den kamm schüttelte und den kopf immer wie lauschend zur seite neigte hier spazierte auch ein mutterschwein mit seiner ganzen familie in einem misthaufen wühlend verzehrte es so ganz nebenbei ein küken merkte es aber nicht und fraß ruhig an den melonenrinden weiter dieser kleine hof oder hühnerhof war von einem bretterzaun begrenzt hinter dem sich ausgedehnte gemüsefelder mit kraut zwiebeln kartoffeln rüben und sonstigen küchengemüsen hinzogen zwischen den gemüsebeeten standen hie und da apfel und andere obstbäume mit netzen zum schutze gegen die elstern und spatzen bedeckt von denen die letzteren in schrägen wolken von ort zu ort flogen zum gleichen zwecke waren einige vogelscheuchen auf langen stangen mit auseinander gespreizten armen aufgerichtet eine von ihnen trug eine haube der hausfrau selbst hinter den gemüsefeldern standen vereinzelte bauernhäuser die zwar keine straße bildeten aber wie tschitschikow feststellte von einem gewissen wohlstand ihrer bewohner zeugten da sie ordentlich instand gehalten waren die morsch gewordenen schindeln auf den dächern waren durch neue ersetzt die tore standen sämtlich gerade indem ihm mit der offenen seite zugekehrten gedeckten bauernschuppen sah er hier einen fast neuen reservewagen und dort sogar zwei solche wagen stehen ja ihr dorf ist gar nicht so klein sagte er sich und nahm sich vor mit der hausfrau nähere bekanntschaft zu machen er blickte durch die türspalte hinaus durch die sie soeben ihren kopf hereingesteckt hatte und ging als er sie vor dem teetischchen sitzen sah mit vergnügter und freundlicher miene auf sie zu guten morgen väterchen wie haben sie geruht fragte sie sich von ihrem platze erhebend sie war besser gekleidet als gestern hatte ein dunkles kleid an und keine schlafhaube mehr auf aber um den hals hatte sie noch immer etwas gewickelt gut sehr gut antwortete tschitschikow sich in einen sessel setzend und sie mütterchen schlecht väterchen wieso es ist die schlaflosigkeit immer habe ich schmerzen im kreuz und auch im bein hier über dem knöchel das wird schon vergehen mütterchen achten sie nicht darauf gott gebe dass es vergeht ich hab mich schon mit schweineschmalz und auch mit terpentin eingerieben womit trinken sie den tee hier im fläschchen ist obstbrandwein gar nicht übel mütterchen wir wollen auch vom obstbrandwein versuchen der leser hat wohl schon gemerkt daß tschitschikow mit ihr trotz aller liebenswürdigkeit doch viel freier und ungenierter sprach als mit manilov es ist nämlich zu bemerken daß wir russen obwohl wir hinter den ausländern in manchen anderen dingen zurückgeblieben sind sie in der kunst des umgangs mit menschen bei weitem überflügelt haben alle die nuancen und abstufungen die wir darin zeigen lassen sich gar nicht aufzählen ein franzose oder deutscher wird alle diese eigentümlichkeiten und unterschiede niemals verstehen er spricht fast mit der gleichen stimme und in der gleichen sprache wie mit einem millionär so auch mit einem tabakhändler obwohl er sich in seinem innern natürlich vor dem ersten erniedrigt bei uns ist es ganz anders wir haben solche künstler die mit einem gutsbesitzer der 200 seelen besitzt ganz anders reden werden als mit einem der 300 seelen hat und mit dem letzteren wieder anders als mit einem der ihre 500 hat mit einem worte man kann bis zur million seelen hinaufgehen immer werden sich noch unterschiede finden nehmen wir an daß es eine kanzlei gibt nicht hier sondern in einem sehr fernen reiche und daß an der spitze dieser kanzlei ein kanzleivorstand steht wollen sie ihn sich nur ansehen wenn er inmitten seiner untergebenen sitzt da kann man vor schreck nicht mal ein wort aussprechen stolz adel was drückt da sein gesicht nicht alles aus man ergreife den pinsel und male ein prometheus ein leibhaftiger er blickt wie ein adler und schreitet gemessen und majestätisch sobald aber dieser adler sein zimmer verlassen hat und sich mit papieren unter dem arm dem kabinett seines vorgesetzten nähert wird er zu einem so kläglichen rebhuhn daß man ihn kaum noch ansehen mag in einer gesellschaft oder bei einer abendunterhaltung wenn die anwesenden nicht von hohem rang sind bleibt der prometheus prometheus wenn aber jemand anwesend ist der nur um eine rangstufe höher steht als er so macht unser prometheus eine verwandlung durch auf die selbst ein ovid nicht gekommen wäre er ist eine fliege kleiner als eine fliege er ist zu einem sandkorn zusammengeschrumpft das ist ja gar nicht iwan petrovitsch sagt man sich wenn man ihn anblickt iwan petrovitsch ist ja größer gewachsen dieser ist aber so klein und schmächtig jener spricht laut mit einer bassstimme und lacht nie dieser aber weiß der teufel er zirpt wie ein vogel und lacht immer man kommt näher heran und sieht dass es tatsächlich iwan petrovitsch ist hihihi denkt man sich ende von abschnitt 4 gelesen von eva k abschnitt 5 von die toten seelen von nikolai wasiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil drittes kapitel wir wollen uns aber den handelnden personen zuwenden tschitschikow hatte sich wie wir schon sahen entschlossen keine umstände zu machen darum ergriff er die teetasse mit beiden händen goß etwas obst brandwein hinein und begann folgende unterhaltung sie haben ja ein ganz nettes dörfchen mütterchen wieviel seelen sind es im ganzen es sind nicht ganz achtzig seelenväterchen sagte die hausfrau aber die zeiten sind schlecht im vorigen jahr war so eine mißernte daß gott erbarm die bauern sehen aber recht kräftig aus und auch ihre häuser sind gut im stande gestatten sie übrigens wie ist ihr familienname ich bin so zerstreut bin zur nachtschlafenden zeit angekommen korobotschka kollegiensekretärswitwe ich danke ergebenst und der vor- und vatersname nastasia petrovna nastasia petrovna das ist ein schöner name nastasia petrovna auch eine leibliche tante von mir eine schwester meiner mutter heißt nastasia petrovna und wie ist ihr name fragte die gutsbesitzerin sie sind doch gerichtsassessor nicht wahr nein mütterchen antwortete tschitschikow mit einem lächeln ich bin gar nicht assessor reise nur so in eigenen geschäften ach so dann sind sie käufer wie schade dass ich meinen honig den kaufleuten so billig verkauft habe du hättest ihn mir sicher abgekauft väterchen nein den honig hätte ich nicht gekauft etwas anderes vielleicht hanf habe ich aber sehr wenig im ganzen ein halbes put nein mütterchen ich suche eine andere ware sagen sie sind ihnen viele bauern gestorben ach väterchen ganze 18 mann sagte die alte seufzend und lauter prachtkerle tüchtige arbeiter es sind zwar dann neue zur welt gekommen aber die sind nichts wert lauter kleine menschen doch wenn der assessor gefahren kommt muss ich für jede seele die steuer entrichten die leute sind tot aber zahlen muss ich für sie wie für lebendige da ist mir in der vorigen woche ein schmied verbrannt ein tüchtiger schmied war er verstand sich auch auf schlosserei haben sie denn eine feuersbrunst gehabt mütterchen nein vor einem solchen unglück hat mich gott bewahrt er ist von selbst verbrannt väterchen er hat innen feuer gefangen weil er zu viel getrunken hat man sah nur ein blaues flämmchen aufleuchten er ist verglummen ganz zu kohle verbrannt und was war er für ein geschickter schmied jetzt kann ich gar nicht ausfahren ich habe niemand der mir die pferde beschlagen könnte alles ist in gottes hand mütterchen sagte tschitschikow seufzend gegen gottes allweisheit darf man nicht murren treten sie sie mir doch ab nastasia petrovna wen denn väterchen nun alle die gestorben sind wie soll ich sie abtreten sehr einfach oder verkaufen sie sie mir ich will sie ihnen bezahlen wieso das verstehe ich nicht oder willst du sie aus der erde ausgraben tschitschikow sah daß die alte sich etwas verrannt hatte und daß er ihr die sache richtig erklären mußte er machte ihr in einigen worten klar daß der besitzwechsel und der verkauf nur auf dem papiere stehen und die toten seelen als lebende angeführt werden würden was brauchst du sie aber fragte die alte ihn erstaunt anglotzend das ist schon meine sache sie sind doch tot und wer sagt dass sie leben das ist ja auch ihr schaden dass sie tot sind sie zahlen für sie die abgaben ganz als ob sie lebten ich will sie aber von dieser sorge und von den zahlungen befreien verstehen sie das ich befreie sie nicht nur davon sondern zahle auch noch 15 rubel ist es ihnen jetzt klar ich weiß wirklich nicht versetzte die hausfrau langsam tote habe ich doch noch nie verkauft das will ich meinen es wäre viel eher ein wunder wenn sie sie schon einmal verkauft hätten oder glauben sie daß sie noch zu irgendwas taugen nein das glaube ich nicht wozu sollen sie taugen man hat ja gar nichts von ihnen das ist eben die ganze schwierigkeit daß sie schon tot sind das frauenzimmer scheint aber einen dicken schädel zu haben dachte sich tschitschikow hören sie mal mütterchen überlegen sie es sich nur sie haben doch nur auslagen und müssen für jeden toten die steuern zahlen wie wenn er noch lebte ach väterchen sprich nicht davon fiel ihm die gutsbesitzerin ins wort erst vor zwei wochen habe ich mehr als 150 rubel bezahlen und außerdem noch den assessor schmieren müssen nun sehen sie es selbst mütterchen beachten sie doch nur dass sie jetzt keinen assessor mehr zu schmieren brauchen weil ich für sie die steuern zahle ich und nicht sie ich nehme auf mich alle verpflichtungen ich will sogar die kosten des kaufvertrags tragen verstehen sie das die alte wurde nachdenklich die sache erschien ihr wirklich vorteilhaft doch gar zu neu und noch nicht dagewesen darum hatte sie anfangs große angst daß der käufer sie irgendwie übervorteilen könnte ist ja gott weiß woher gekommen und dazu noch zu nachtschlafener zeit also abgemacht mütterchen nicht wahr sagte tschitschikow nein väterchen ich hab noch niemals tote verkauft lebende hab ich wohl verkauft vor zwei jahren trat ich dem prater popow zwei mädel zu hundert rubel das stück ab und er war mir sehr dankbar wunderbare arbeiterinnen sind aus ihnen geworden verstehen sogar servietten zu weben die rede ist aber nicht von den lebenden um die kümmere ich mich nicht ich will die toten wirklich ich fürchte mich weil ich keine erfahrungen habe ein schlechtes geschäft zu machen vielleicht betrügst du mich väterchen vielleicht sind sie mehr wert hören sie mütterchen was sind sie wirklich für ein mensch was können die wert sein bedenken sie nur die sind nichts als staub und asche verstehen sie das nur asche nehmen sie den unnützesten gegenstand irgendeinen lumpen und auch der hat einen wert den kauft ihnen wenigstens eine papierfabrik ab diese ware taugt aber zu nichts sagen sie selbst wozu taugen sie doch das ist wohl wahr die taugen zu nichts aber das ist es eben was mich davon abhält dass sie tot sind ist das ein vernagelter kopf sagte sich tschitschikow der schon die geduld zu verlieren anfing wie wird man mit so einer fertig zum schwitzen hat mich die verdammte alte gebracht und er zog ein tuch aus der tasche und wischte sich den schweiß ab der ihm tatsächlich auf die stirne getreten war tschitschikow ärgerte sich übrigens grundlos auch mancher geachtete staatsmann ist ganz wie diese karobotschka wenn der sich etwas in den kopf setzt so ist ihm nicht beizukommen was für sonnenklare einwände man ihm auch vorbringt alles prallt von ihm ab wie ein gummiball von der wand nachdem sich tschitschikow den schweiß von der stirne gewischt hatte entschloss er sich ihr die sache auf irgendeine andere weise plausibel zu machen mütterchen sagte er entweder wollen sie meine worte nicht verstehen oder sie sprechen absichtlich so nur um etwas zu sagen ich biete ihnen geld 15 rubel in banknoten verstehen sie mich das ist doch geld das finden sie nicht auf der straße gestehen sie wie teuer haben sie den honig verkauft zu zwölf rubel das put sie übertreiben ein wenig mütterchen zu zwölf rubel haben sie ihn nicht verkauft bei gott zu zwölf rubel nun sehen sie es das war aber honig sie haben ihn vielleicht ein ganzes jahr lang mit mühe gesammelt sind herumgefahren haben die bienen ausgeräuchert und sie dann den ganzen winter über im keller gefüttert doch die toten seelen sind nicht von dieser welt hier haben sie ihrerseits nicht die geringste mühe aufgewendet es war gottes wille dass sie diese welt verließen und auf diese weise ihre wirtschaft schädigten beim honig haben sie für ihre arbeit und mühe zwölf rubel bekommen hier biete ich ihnen aber für nichts und wieder nichts statt zwölf ganze 15 rubel und nicht in silber sondern in blauen banknoten nachdem er diese überzeugenden gründe vorgebracht hatte zweifelte tschitschikow nicht mehr dass die alte nachgeben würde nein wirklich antwortete die gutsbesitzerin ich bin nur eine unerfahrene witwe ich will lieber noch etwas warten vielleicht kommen kaufleute gefahren und so werde ich die preise hören eine schande mütterchen eine wahre schande was sagen sie überlegen sie es sich doch selbst wer wird sie ihnen abkaufen zu was kann man sie noch verwenden vielleicht kann man sie bei gelegenheit doch in der wirtschaft brauchen entgegnete die alte sie kam aber nicht weiter und sah ihn erschrocken an begierig zu hören was er darauf sagen würde die toten in der wirtschaft was ihnen nicht einfällt vielleicht um nachts die spatzen in ihrem gemüsegarten zu scheuchen der herr steh uns bei was sagst du für schreckliche dinge sagte die alte sich bekreuzigend was wollen sie mit ihnen denn sonst anfangen die knochen und die gräber verbleiben übrigens ihnen der verkauf geschieht nur auf dem papier nun was halten sie davon geben sie mir wenigstens antwort die alte wurde wieder nachdenklich was überlegen sie noch nastasia petrovna ich weiß wirklich nicht was ich tun soll lieber verkaufe ich ihnen doch den hanf was brauche ich den hanf sehen sie es doch ein ich bitte sie um etwas ganz anderes und sie bieten mir hanf an hanf ist hanf wenn ich ein anderes mal komme kaufe ich auch den hanf also wie ist es nun nastasia petrovna ei gott es ist eine merkwürdige noch nie dagewesene ware nun riss tschitschikow endlich die geduld er schlug mit dem stuhl gegen den boden und wünschte ihr den teufel vor dem teufel bekam die gutsbesitzerin eine heillose angst ach sprich nicht von ihm gott sei mit ihm rief sie ganz bleich aus vorgestern sah ich ihn die ganze nacht im traume den verdammten es war mir eingefallen nach dem nachtgebet noch einmal die karten zu schlagen da hat ihn mir der herr wohl zur strafe geschickt so ekelhaft war er mir erschienen mit hörnern länger als bei einem stier ich wundere mich nur daß sie ihnen nicht dutzendweise erscheinen denn ich will es nur aus christlicher nächstenliebe tun ich sehe eine witwe plagt sich so ab leidet solche not krepieren sollen sie mit ihrem ganzen dorf wie du zu fluchen weißt sagte die alte ihn entsetzt anblickend man findet ja keine anderen worte für sie sie sind wirklich mit verlaub zu sagen wie ein hofhund der auf dem heu liegt er frisst es selbst nicht und gibt's auch den anderen nicht ich wollte ihnen auch verschiedene landwirtschaftliche produkte abkaufen weil ich auch lieferungen für den staat habe das war eine zufällige lüge bei der er sich nichts dachte die sich aber als sehr geschickt erwies die lieferungen machten auf nastasia bitrowna einen mächtigen eindruck jedenfalls sprach sie auf einmal mit bittender stimme warum bist du so böse geworden wenn ich wüßte dass du so böse bist hätte ich dir gar nicht widersprochen ach was es ist ja gar kein grund da böse zu werden die ganze sache ist kein ausgeblasenes eiwert und ich soll deswegen böse werden also gut ich bin bereit sie dir für 15 rubel in banknoten abzugeben aber vergiss mich nicht bei den lieferungen wenn du mal roggen oder buchweizenmehl oder graupen oder fleisch einzukaufen hast so vergiss mich bitte nicht nein mütterchen ich werde dich nicht vergessen sagte er sich den schweiß abwischend der ihm in strömen von der stirne lief dann fragte er sie aus ob sie in der stadt einen vertrauensmann oder einen bekannten habe den sie zum abschluss des kaufvertrags und der übrigen notwendigen formalitäten bevollmächtigen könnte gewiß der sohn des protopopen kirill ist ja an der zivilkammer angestellt sagte die karobotschka tschitschikow bat sie ihm einen vollmachtsbrief zu schreiben und übernahm es sogar selbst um ihr die arbeit zu ersparen einen solchen aufzusetzen es wäre gut dachte sich indessen die karobotschka wenn er bei mir für den staat mehl und vieh kaufte ich muss ihn besänftigen es ist ja noch etwas teig von gestern abend geblieben ich will der fetin ja sagen dass sie daraus pfannkuchen macht es wäre auch gut eine pastete aus eierteig zu backen solche pasteten werden bei mir gut gebacken außerdem ist sie schnell gemacht die hausfrau ging hinaus um die pastete in auftrag zu geben und diese wahrscheinlich auch durch andere erzeugnisse ihrer koch und backkunst zu vervollständigen tschitschikow begab sich aber ins gastzimmer in dem er die nacht verbracht hatte um aus seiner schatulle die nötigen papiere zu holen im gastzimmer war schon alles aufgeräumt die üppigen daunenpfühle waren verschwunden und vor dem sofa stand ein mit einem tischtuch gedeckter tisch er stellte die schatulle auf diesen tisch und setzte sich hin um ein wenig auszuruhen denn er war in schweiß gebadet wie wenn er ein flussbad genommen hätte alles an ihm vom hemde bis zu den socken war nass ganz tot hat mich die verdammte alte gemacht sagte er und schloss nachdem er ausgeruht hatte die schatulle auf der autor ist überzeugt dass es auch so neugierige leser gibt die den plan und die innere einrichtung der schatulle kennenlernen möchten warum soll ich diese neugierde nicht befriedigen das ist also die innere einrichtung in der mitte befindet sich eine seifenschale und neben ihr sechs oder sieben schmale abteilungen für die rasiermesser dann kommen quadratische behälter für die streusandbüchse und das tintenfass und dazwischen eine mulde für federn siegellackstangen und ähnliche längliche gegenstände dann gibt es allerlei fächer mit deckeln und ohne deckel für kürzere gegenstände diese sind mit visitenkarten partezetteln und theaterbilletts angefüllt die er sich zum andenken aufzuheben pflegte der ganze obere kasten mit allen fächern ließ sich herausnehmen und darunter befand sich ein raum für papiere in bogengröße dann gab es noch ein kleines geheimfach für geld das sich unauffällig von der seite herausschieben ließ der besitzer pflegte dieses fach immer so schnell heraus und hineinzuschieben daß man unmöglich sagen konnte wie viel geld es enthielt tschitschikow schnitt sich sofort eine feder zurecht und begann zu schreiben in diesem augenblick kam die hausfrau ins zimmer einen schönen kasten hast du väterchen sagte sie sich zu ihm heransetzend hast ihn wohl in moskau gekauft ja in moskau antwortete tschitschikow weiterschreibend das sehe ich eben moskauer arbeit ist immer gut vor drei jahren hat meine schwester von dort warme schuhchen für die kinder mitgebracht das war eine so dauerhafte ware daß sie sie auch heute noch tragen du lieber gott wie viel stempelpapier du da hast fuhr sie fort in seine schatulle hineinblickend es lag auch tatsächlich nicht wenig stempelpapier darin wenn du mir wenigstens ein blättchen schenken wolltest mir fehlt immer solches papier manchmal muß ich ein gesuch ans gericht schreiben und habe nichts worauf tschitschikow erklärte ihr daß es ein anderes papier sei es sei für kaufverträge bestimmt und nicht für gesuche um sie zu beruhigen schenkte er ihr übrigens einen bogen im werte eines rubels nachdem er den brief fertig hatte ließ er ihn von ihr unterschreiben und verlangte eine kurze liste der bauern es zeigte sich dass die gutsbesitzerin weder aufzeichnungen noch listen führte sondern fast alle bauern im kopfe hatte er ließ sich sofort alle namen vordiktieren manche bauern setzten ihn durch ihre familiennamen und noch mehr durch ihre spitznamen in erstaunen so oft er so einen namen hörte hielt er erst inne ehe er ihn aufschrieb einen besonderen eindruck machte auf ihn ein gewisser trug verächter und er konnte sich nicht der bemerkung enthalten wie lang der ist ein anderer hatte das wort kuhziegel an seinem namen hängen ein dritter hieß einfach iwan kaleso rat als er mit dem schreiben fertig war schnupperte er mit der nase und spürte den duft von etwas in butter gebratenem ich bitte ergebens zum frühstück sagte die hausfrau tschitschikow sah sich um auf dem tische standen pilze pastetchen pfannkuchen und fladen mit allerlei zutaten mit zwiebeln mit mohn mit quark mit stinten und weiß gott mit was sonst noch allem da ist die pastete aus eierteig sagte die hausfrau tschitschikow rückte näher an die pastete aus eierteig heran verzehrte mehr als die hälfte und lobte sie die pastete war in der tat schon an sich recht schmackhaft aber nach all den schwierigkeiten mit der alten schmeckte sie noch besser und pfannkuchen fragte die hausfrau als antwort rollte tschitschikow drei pfannkuchen zusammen tunkte sie in geschmolzene butter und beförderte sie in den mund die lippen und die hände wischte er sich aber mit der serviette ab nachdem er dieses dreimal wiederholt hatte bat er die hausfrau seine pferde anspannen zu lassen nastasia petrowna schickte sofort die fetinia hinaus und gab ihr zugleich den auftrag noch eine portion heiße pfannkuchen mitzubringen ihre pfannkuchen schmecken vortrefflich mütterchen sagte tschitschikow indem er sich an die neue heiße portion machte ja bei mir im hause werden sie recht gut zubereitet erwiderte die hausfrau leider hatten wir eine schlechte ernte und das mehl ist nicht gut warum haben sie aber solche eile väterchen sagte sie als sie sah dass tschitschikow schon seine mütze in der hand hielt der wagen ist ja auch noch gar nicht angespannt man wird ihn schon anspannen mütterchen bei mir wird sowas schnell gemacht sie vergessen mich also nicht bei den lieferungen nein ich vergesse sie nicht sagte tschitschikow in den flur tretend kaufen sie nicht auch schweineschmalz fragte die hausfrau indem sie ihm folgte warum soll ich keines kaufen ich kaufe auch schweineschmalz aber erst später einmal um die weihnachtszeit werde ich auch schweineschmalz haben wir werden es kaufen wir werden alles kaufen auch schweineschmalz vielleicht brauchen sie einmal daunen um die weihnachtsfasten werde ich auch daunen haben schön sehr schön sagte tschitschikow nun siehst du es väterchen dein wagen ist noch gar nicht fertig sagte die hausfrau als sie vor die türe traten er wird schon fertig werden erklären sie mir nur wie ich auf die landstraße komme wie ist das nur zu machen sagte die hausfrau es lässt sich schwer erklären weil man unterwegs sehr oft wenden muss vielleicht gebe ich dir ein mädel mit das dir den weg zeigt du hast doch noch platz auf dem bock wo sie sich hinsetzen kann gewiss habe ich platz vielleicht gebe ich dir das mädel mit es kennt den weg aber pass auf entführe es mir nicht ein mädel haben mir schon einmal die kaufleute entführt tschitschikow versprach ihr das mädel nicht zu entführen und die karobotschka beruhigte sich und richtete ihre aufmerksamkeit auf alles was auf ihrem hofe vorging sie glotzte die haushälterin an die aus der speisekammer eine hölzerne kanne mit honig trug dann einen bauern der im tore erschien und ging allmählich ganz in ihren wirtschaftssorgen auf warum sollen wir uns aber so lange bei der karobotschka aufhalten ob es die karobotschka ist oder manilow der wirtschaftliche oder der nicht wirtschaftliche teil lassen wir das es ist doch wirklich wunderbar in dieser welt eingerichtet das lustige verwandelt sich schnell in trauriges wenn man sich lange dabei aufhält und dann kann einem gott weiß was in den sinn kommen man kommt vielleicht gar auf den gedanken steht denn die karobotschka wirklich so tief auf der unendlichen stufenleiter der menschlichen vollkommenheit ist denn der abgrund so groß der sie von ihrer schwester trennt die hinter der undurchdringlichen mauer des aristokratischen hauses mit wohlduftenden gusseisernen treppen glänzendem kupfer mahagoni und kostbaren teppichen und über einem nicht zu ende gelesenen buche gähnt in erwartung eines eleganten und geistreichen besuches vor dem sie gelegenheit haben wird ihren geist zu zeigen und auswendig gelernte gedanken auszusprechen gedanken die nach den vorschriften der mode eine woche lang die ganze stadt beschäftigen und die sich nicht darauf beziehen was in ihrem hause und auf ihren gütern die infolge der unkenntnis der wirtschaft in unordnung geraden sind vorgeht sondern darauf welche politische umwälzung in frankreich bevorsteht und welche richtung der moderne katholizismus genommen hat doch weiter weiter warum soll ich darüber reden warum dringt plötzlich in die gedankenlosen lustigen und sorglosen minuten ganz von selbst ein anderer wunderbarer strahl hinein das lachen ist noch nicht ganz vom gesichte verschwunden und doch ist es unter den gleichen menschen schon zu einem anderen geworden und das gesicht strahlt in einem neuen lichte da ist der wagen rief tschitschikow als er seine ekipage heranrollen sah warum hat es wieder so lange gedauert du esel der gestrige rausch ist wohl noch nicht ganz verflogen silifan gab darauf keine antwort leben sie wohl mütterchen und wo ist ihr mädel hey pelageia sagte die gutsbesitzerin zu einem etwa elfjährigen mädel das in der nähe stand es hatte ein kleid aus hausgemachter leinwand an und bloße füße die man aus der ferne für stiefel halten konnte so dick waren sie mit frischem schmutz bedeckt zeig mal dem herrn den weg silifan half dem mädel auf den bock es trat zuerst mit dem einen fuß auf den herrschaftlichen tritt der sofort schmutzig wurde kletterte dann in die höhe und setzte sich neben den kutscher gleich nach ihr setzte auch tschitschikow seinen fuß auf das trittbrett da er recht schwer geworden war neigte sich der wagen auf die rechte seite endlich setzte sich tschitschikow zurecht und sagte jetzt ist es gut leben sie wohl mütterchen die pferde zogen an silifan blieb die ganze zeit sehr ernst und zeigte zugleich einen großen eifer was bei ihm immer der fall war wenn er sich etwas zu schulden hatte kommen lassen oder betrunken war die pferde waren wunderbar geputzt das kummet des einen das bisher fast immer zerrissen gewesen war so daß das werk unter dem leder hervorguckte war sehr kunstvoll zugenäht während der ganzen fahrt war er schweigsam und richtete keinerlei belehrende worte an seine pferde obwohl der schäck sicher den wunsch hatte etwas belehrendes zu hören der redselige kutscher pflegte sonst die zügel ganz lose in der hand zu halten und die peitsche nur pro forma über den pferderücken zu schwingen aus dem mürrischen munde kamen aber diesmal nur eintönige und unangenehme rufe schlafe nicht du krähe und kein wort mehr selbst der braune und der assessor waren unzufrieden da sie kein einziges mal den zuruf ihr lieben oder ihr ehrenwerten zu hören bekamen der schäck fühlte sogar höchst unangenehme schläge auf seinen vollen breiten körperteilen was hat er nur heute dachte er sich indem er die ohren bewegte auf einmal weiß er wohin er hauen soll er schlägt nicht etwa auf den rücken sondern sucht die empfindlichste stelle aus entweder schlägt er auf die ohren oder peitscht unter den bauch nach rechts nicht wahr mit dieser trockenen frage wandte sich selifan an das neben ihm sitzende mädel mit der peitsche auf den vom regen geschwärzten weg zwischen hellgrünen erfrischten feldern weisend nein nein ich werde es schon zeigen antwortete das mädel wohin denn fragte selifan als sie noch eine strecke gefahren waren dorthin antwortete das mädel die richtung mit der hand zeigend ach du sagte selifan das ist doch rechts die weiß nicht wo rechts und wo links ist obwohl der tag sehr heiter war war die erde so furchtbar schmutzig daß die räder des wagens an denen immer neuer schmutz kleben blieb von ihm bald wie mit filz bedeckt waren was die equipage bedeutend schwerer machte außerdem war der boden lehmig und ungemein klebrig das eine wie das andere hatten zur folge daß sie aus den feldwegen erst gegen mittag herauskamen ohne das mädel wäre ihnen wahrscheinlich auch das nicht gelungen denn die wege liefen nach allen richtungen auseinander wie gefangene krebse wenn man sie aus einem sack herausschüttet selifan hätte dann wohl lange ohne seine schuld kreuz und quer fahren müssen bald darauf zeigte das mädel mit der hand auf ein dunkles gebäude in der ferne und sagte das ist die landstraße und das gebäude fragte selifan ein wirtshaus sagte das mädel nun kommen wir schon selbst weiter sagte selifan geh jetzt nach hause er hielt die pferde an half ihr vom bock und sprach durch die zähne ach du schwarzfüßige tschitschikow schenkte ihr einen kupfergroschen und sie lief nach hause schon damit zufrieden dass sie auf dem bocke hatte sitzen dürfen ende von abschnitt fünf gelesen von eva k abschnitt sechs von die toten seelen von nikolai wassilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil viertes kapitel eins vor dem wirtshause angelangt ließ tschitschikow aus zwei gründen halten einerseits wollte er dass die pferde ausruhen und andererseits hatte er auch selbst den wunsch etwas zu sich zu nehmen und sich zu stärken der autor muss gestehen dass er diese art von leuten um ihren appetit und ihren magen beneidet er hat für die großen herren gar nichts übrig die in petersburg und in moskau wohnen und den ganzen tag darüber nachdenken was sie morgen essen und was für ein diner sie sich für übermorgen zusammenstellen lassen sollen die vor diesem diner erst pillen schlucken und dann austern seespinnen und andere meerwunder verzehren um später nach karlsbad oder in ein kaukasisches bad zu gehen nein solche herren haben in ihm niemals neid erregt aber die herren der mittleren klasse die auf der einen poststation schinken essen auf der anderen einen spanferkel auf der dritten eine scheibe stör oder irgendeine bratwurst mit zwiebel und die sich dann als ob nichts geschehen wäre zu einer beliebigen stunde an die mittagstafel setzen und kochend heiße sterlettsuppe mit ahlen und fischmilch löffeln und dazu pasteten mit schwanzstücken vom wels verspeisen so daß man vom bloßen zuschauen appetit bekommt solche herren genießen eine beneidenswerte himmelsgabe gar mancher große herr würde sofort die hälfte seiner leibeigenen seelen und die hälfte der verpfändeten wie auch nicht verpfändeten güter mit allen den ausländischen und russischen vorbildern nachgeahmten vervollkommnungen hingeben nur um einen solchen magen zu haben wie ihn so ein herr vom mittelstande hat leider kann man aber so einen magen weder für geld noch für güter mit oder ohne vervollkommnungen bekommen das hölzerne dunkle wirtshaus nahm tschitschikow unter sein gastliches schmales vordach auf welches auf gedrechselten säulen ruhte die an altertümliche kirchenleuchter erinnerten das wirtshaus glich einem russischen bauernhause war nur etwas größer als ein solches geschnitzte verzierungen aus frischem holze um die fenster herum und unter dem dache belebten die dunklen wände auf den fensterläden waren krüge mit blumen gemalt nachdem tschitschikow die enge holztreppe hinaufgestiegen und den breiten vorraum betreten hatte stieß er auf eine knarrende türe und auf eine dicke alte im bunten kattunkleid die ihn mit den worten begrüßte bitte hierher in der stube fand er lauter alte bekannte die jedermann schon in den kleinen hölzernen wirtshäusern gesehen hat von denen es an den landstraßen eine große menge gibt einen mit dampf beschlagenen samovar glatt gehobelte wände aus fichtenbrettern einen dreieckigen eckschrank mit teekannen und tassen vergoldete porzellaneier die an blauen und roten bändchen vor den heiligen bildern hingen eine katze die vor kurzem junge geworfen einen spiegel der statt zwei augen vier und statt des gesichts eine art pfannkuchen zeigte und schließlich büschel wohlriechender kräuter und nelken die hinter den heiligen bildern steckten und so sehr ausgetrocknet waren daß einer der an ihnen riechen wollte nur zu niesen anfing gibt's spanferkel fragte tschitschikow die alte ja mit meerrettich und saurer sahne mit meerrettich und saurer sahne bring's her die alte zeigte sich sehr geschäftig und brachte einen teller eine serviette die so steif gestärkt war daß sie sich wie trockene baumrinde warf ferner ein messer mit gelbem beingriff so dünn wie ein federmesser eine zweizinkige gabel und ein salzfaß das sich unmöglich geradehin stellen ließ unser held begann nach seiner gewohnheit sofort ein gespräch mit der alten und erkundigte sich ob sie das wirtshaus selbst betreibe oder ob auch noch ein wirt da sei wie viel das wirtshaus einbringe ob die söhne bei den eltern leben ob der ältere sohn ledig oder verheiratet sei ob er eine frau mit oder ohne große mitgift genommen habe ob der schwiegervater zufrieden gewesen sei und ob er sich nicht darüber aufgehalten habe daß er zu wenig hochzeitsgeschenke bekommen hätte mit einem worte er vergaß auch nicht das geringste selbstverständlich zeigte er auch ein interesse für die in der nähe wohnenden gutsbesitzer und erfuhr daß es da allerhand gutsbesitzer gab blochin patschitaev milnoi oberst tscheprakow und sapakewitsch so du kennst auch den sapakewitsch fragte er und bekam zu hören daß die alte nicht nur sapakewitsch sondern auch manilow kenne und daß manilow viel delikater sei als sapakewitsch wenn er herkomme lasse er sich gleich ein huhn kochen und bestelle auch kalbsbraten wenn es eine hammelleber gebe so lasse er sich auch die hammelleber auftragen aber von allem nehme er nur ein paar bissen sapakewitsch lasse sich dagegen immer nur eine einzige speise bringen die er dann auch ganz aufesse für das gleiche geld verlange er dann auch noch eine zugabe während er so sprach und dabei das spanferkel verzehrte von dem nur noch ein kleines stück übrig geblieben war hörte er eine ekipage heranrollen er blickte zum fenster hinaus und sah vor dem wirtshause einen leichten mit drei guten pferden bespannten wagen halten dem wagen entstiegen zwei männer der eine war blond und lang der andere etwas kleiner und schwarz der blonde hatte eine dunkelblaue verschnürte joppe an der schwarze aber nur einen gestreiften morgenrock in einiger entfernung kam noch ein leeres wägelchen gefahren von vier langhaarigen pferden gezogen die kummete waren zerrissen und das ganze geschirr bestand aus einfachen stricken der blonde stieg sofort die treppe hinauf der schwarze blieb hingegen noch unten suchte etwas im wagen sprach mit seinem diener und winkte zugleich dem anderen wagen seine stimme kam tschitschikow irgendwie bekannt vor während er ihn betrachtete hatte der blonde schon die türe gefunden und geöffnet es war ein großgewachsener mann mit schmächtigem abgelebtem gesicht und einem kleinen roten schnurrbart seinem gebräunten gesicht konnte man wohl ansehen dass er gut wusste was rauch bedeutete und wenn nicht pulverrauch so doch jedenfalls tabaksrauch er machte tschitschikow eine höfliche verbeugung die jener auf die gleiche weise erwiderte im laufe weniger minuten wären sie sicher ins gespräch gekommen und hätten nähere bekanntschaft gemacht denn der erste schritt war schon getan und beide äußerten zur gleichen zeit ihre befriedigung darüber daß der gestrige regen den staub auf der landstraße gänzlich niedergeschlagen habe und daß es sich jetzt kühl und angenehm fahren lasse wenn nicht der genosse des blonden in die stube getreten wäre er riß sich die mütze vom kopfe warf sie auf den tisch und fuhr sich mit einer kühnen handbewegung durch die schwarzen haare dieser war ein bursch von mittlerem wuchse nicht schlecht gebaut mit vollen roten backen schneeweißen zähnen und pechschwarzem backenbart sein gesicht war wie milch und blut und strotzte förmlich vor gesundheit ba 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 rief er plötzlich und spreizte beim anblick tschitschikows beide arme auseinander woher des weges tschitschikows erkannte nostriow denselben mit dem er beim staatsanwalt zu mittag gegessen und der ihn schon nach wenigen minuten zu duzen begonnen hatte obwohl er ihm seinerseits nicht den geringsten anlaß dazugegeben woher des weges fragte nostriow und fuhr ohne die antwort abzuwarten fort ich komme aber direkt vom jahrmarkt mein bester du kannst mir gratulieren habe alles verspielt du darfst es mir glauben noch nie im leben war ich so blank bin sogar mit gemieteten pferden gefahren gekommen schau nur zum fenster hinaus bei diesen worten drückte er tschitschikows kopf hinunter so daß dieser sich beinahe am fensterrahmen angeschlagen hätte siehst du diesen dreck mit mühe haben sie mich hergeschleppt die verdammten schindmähren dann bin ich aber in seinen wagen umgestiegen bei diesen worten zeigte er auf seinen genossen wie ihr kennt euch noch nicht mein schwager mischujew den ganzen morgen haben wir von dir gesprochen pass auf sagte ich ihm wenn wir heute den tschitschikow nicht treffen ach bruder wenn du nur wüsstest wie viel ich verspielt habe glaube es mir ich habe nicht nur meine vier traber verloren sondern einfach alles ich habe weder uhr noch kette bei mir tschitschikow blickte ihn an und sah daß er wirklich weder uhr noch kette hatte es kam ihm sogar vor als sei die eine hälfte seines backenbartes etwas kleiner und dünner als die andere hätte ich aber nur zwanzig rubel in der tasche fuhr nastriow fort nicht mehr als zwanzig rubel so hätte ich alles wieder gewonnen so wahr ich ein ehrlicher mensch bin und hätte außerdem noch dreißigtausend rubel eingesteckt das hast du auch schon früher gesagt bemerkte der blonde als ich dir aber fünfzig rubel gab so verspieltest du auch sie ich hätte sie nicht verspielt bei gott nicht hätte ich nicht selbst die dummheit gemacht so hätte ich sie nicht verspielt hätte ich nicht nach dem paroli der verdammten sieben die ecke umgebogen so hätte ich die ganze bank sprengen können und doch hast du sie nicht gesprengt entgegnete der blonde ich habe sie nicht gesprengt weil ich die ecke nicht zur rechten zeit umgebogen habe glaubst du vielleicht dass dein major gut spielt ob er gut spielt oder nicht jedenfalls hat er gewonnen eine große kunst sagte nastriow so kann ich auch bei ihm gewinnen nein soll er mal versuchen dublet zu spielen dann werde ich erst sehen was für ein spieler er ist wie gut haben wir dafür in den ersten tagen gebummelt freund tschitschikow der jahrmarkt war ganz ausgezeichnet die kaufleute selbst sagen dass der besuch noch nie so gut gewesen sei alles was ich vom lande mitgebracht habe habe ich zum vorteilhaftesten preise verkauft ach bruder war das ein bummel wenn ich mich jetzt daran erinnere holst der teufel so leid tut es mir dass du nicht dabei warst denk dir nur drei werst von der stadt liegt ein dragoner regiment glaub es mir sämtliche offiziere vierzig mann kamen in die stadt und als wir zu trinken anfingen mein bester der stabsrittmeister patzirlujew so ein prachtkerl mit einem so langen schnurrbart statt bordeaux sagt er einfach gebräu bring mir mal mein bester pflegt er zu sagen noch ein gebräu dann der leutnant kufschinikow mein bester ist das ein lieber mensch ein bummler von fach darf man wohl sagen ich war mit ihm die ganze zeit zusammen was für einen wein hat uns der panamaryow vorgesetzt du mußt nämlich wissen daß er ein gauner ist und daß man in seinem laden nichts kaufen soll in den wein tut er jeden dreck sandelholz gebrannten kork und selbst hollunderbeeren tut der schuft hinein wenn er aber dafür einmal aus dem letzten zimmer das bei ihm extra zimmer heißt irgendein fläschchen holt so ist man gleich im paradies wir hatten einen champagner was ist der champagner vom gouverneur dagegen einfach quas denke dir nur kein gewöhnliches klequot sondern klequot matradura das ist doppeltes klequot dann brachte er uns ein fläschchen französischen wein welcher bonbon hieß das aroma wie rosen und alles was du willst ach wie wir gebummelt haben nach uns kam irgendein fürst gefahren und schickte champagner kaufen keine einzige flasche champagner gab es in der ganzen stadt alles haben die offiziere ausgetrunken glaub es mir beim mittagessen hab ich allein siebzehn flaschen champagner ausgetrunken na siebzehn flaschen wirst du nicht austrinken wandte der blonde ein so wahr ich ein ehrlicher mensch bin habe ich sie getrunken erwiderte nostriow du magst sagen was du willst ich sage dir aber du kannst nicht mal zehn austrinken was gilt die wette daß ich sie austrinke warum gleich wetten nun wetten wir um die flinte die du in der stadt gekauft hast ich will nicht versuch's nur ich will es nicht mal versuchen todsicher würdest du die flinte verlieren ach bruder tschitschikow wie hat es mir leid getan daß du nicht mit warst ich weiß du hättest dich vom leutnant kufschienikow nicht mehr trennen können ein herz und eine seele wäre dir geworden der ist doch ein ganz anderer mensch als der staatsanwalt und alle die geizhälse in unserer stadt die für jede kopeke zittern der spielt bank und jedes kartenspiel das du nur willst ach tschitschikow warum bist du nicht dagewesen ein schwein bist du ein viehzüchter gib mir einen kuß mein herz so schrecklich liebe ich dich da hat uns das schicksal zusammengeführt was bin ich ihm und was ist er mir er ist gott weiß woher gekommen und ich wohne hier und wieviel vornehme equipagen hat es dort gegeben und alles en gros ich habe auch mein glück in der lotterie versucht und zwei büchsen pomade eine porzellantasse und eine gitarre gewonnen dann machte ich noch einen einsatz und verlor alles so eine gemeinheit und noch sechs rubel dazu ach wenn du nur wüsstest was für ein schürzenjäger dieser kufschienikow ist ich habe mit ihm fast alle bälle besucht eine war da die war so aufgeputzt in rüschen und trüschen weiß der teufel was die alles anhatte ich denke mir bloß teufel aber kufschienikow diese bestie setzt sich zu ihr heran und macht ihr allerlei französische komplimente glaube es mir der verschmäht nicht ein einfaches weib das nennt er erdbeeren genießen so wunderbare fische und gedörrte störe hat es da gegeben einen habe ich mitgebracht es ist gut daß ich ihn mir kaufte als ich noch geld hatte und wo fährst du jetzt hin zu einem gewissen menschen antwortete tschitschikow ach was soll dir dieser mensch lass ihn laufen komm zu mir es geht nicht es geht nicht ich habe ein geschäft vor ach was geschäft was du dir nicht ausdenkst ach du abhall dir kok iwanowitsch nein wirklich und das geschäft ist sogar dringend ich wette daß du lügst sag mir nur zu wem fährst du nun zu ssobakewitsch nostriow brach hier in jenes schallende gelächter aus das nur frischen und gesunden menschen eigen ist die dabei ihre sämtlichen wie zuckerweißen zähne zeigen und die wangen erzittern lassen so daß der nachbar hinter zwei türen aus dem schlaf erwacht die augen aufreißt und sagt was der bloß hat was ist denn daran so komisch fragte tschitschikow den dieses lachen ein wenig verletzte nostriow fuhr aber fort aus vollem halse zu lachen und dabei zu sprechen hör auf sonst zerspringe ich noch vor lachen da ist doch nichts zum lachen ich habe ihm mein wort gegeben sagte tschitschikow du wirst deines lebens nicht froh wenn du zu ihm hinkommst er ist einfach ein filz ich kenne ja deinen charakter du irrst dich grausam wenn du bei ihm eine kartenpartie oder eine gute flasche bonbon erwartest hör mal bruder diesen ssobakewitsch soll der teufel holen komm zu mir was für einen gedörrten stör ich dir vorsetzen werde der panamaryow diese bestie hat mir beim abschied gesagt so einen stör kriegen nur sie sie können den ganzen jahrmarkt absuchen und werden keinen ähnlichen finden im übrigen ist er ein abgefeimter gauner das habe ich ihm auch ins gesicht gesagt du und der brandweinpächter ihr seid die größten gauner er aber lacht nur diese bestie und streicht sich den bart ich und kuf schienikow haben jeden morgen in seinem laden gefrühstückt ach bruder eines vergaß ich dir zu sagen ich weiß dass du mich jetzt nicht mehr in ruhe lassen wirst aber ich gebe ihn auch nicht für zehntausend rubel her das sage ich dir gleich hey parfiri rief er ans fenster tretend seinem diener zu der in der hand ein messer und in der anderen eine brotrinde und ein stück stör hielt das er sich im vorbeigehen mit großem geschick abgeschnitten hatte hey parfiri schrie nasdrjow bring mal den jungen hund her ist das ein hund fuhr er fort sich an tschitschikow wendend ich habe ihn gestohlen der besitzer wollte ihn nicht mal um sich selbst hergeben ich versprach ihm die braune stute weißt du die ich von hvostirjow im tauschhandel bekommen habe tschitschikow hatte übrigens seit er lebte weder die braune stute noch den hvostirjow gesehen herr wollen sie nicht etwas zu sich nehmen fragte die alte zu ihm herangehend ich nehme nichts ach bruder war das ein bummel gib übrigens ein glas schnaps her was hast du für welchen anis schnaps antwortete die alte dann gib den anis schnaps sagte nasdrjow kannst gleich auch mir ein gläschen geben sagte der blonde im theater gab es eine schauspielerin die sang wie ein kanarienvogel diese kanaille kuf schenikow der neben mir saß sagte bruder das wär so eine erdbeere ich glaube es hat da mehr als fünfzig buden gegeben fenardi drehte sich vier stunden hintereinander wie ein mühlenrad in diesem augenblick nahm er den schnaps aus der hand der alten die sich vor ihm dafür tief verbeugte gib ihn her schrie er plötzlich als er parfiri mit dem jungen hunde eintreten sah parfiri war ebenso gekleidet wie sein herr trug auch einen wattierten morgenrock der nur ein wenig fettiger war gib ihn her leg ihn auf den boden legte den hund auf den boden das tier spreizte alle vier beine auseinander und beschnüffelte den boden das ist ein hund rief nasdrjow indem er den hund am rücken packte und in die höhe hob der hund stieß ein recht klägliches geheul aus du hast aber nicht getan was ich dir befohlen habe wandte sich nasdrjow zu parfiri indem er den bauch des hundes aufmerksam betrachtete es ist dir gar nicht eingefallen ihn zu kämmen nein ich habe ihn wohl gekämmt wo kommen denn die flöhe her das kann ich nicht wissen vielleicht aus dem wagen du lügst du lügst es ist dir gar nicht eingefallen ihn zu kämmen ich glaube gar es sind noch deine eigenen flöhe hinzugekommen schau nur her tschitschikow diese ohren nimm sie nur in die hand warum denn ich sehe auch so der hund ist von guter rasse antwortete tschitschikow nein betaste die ohren um ihm einen gefallen zu tun betastete tschitschikow dem hunde die ohren und sagte ja es wird wohl ein guter hund werden und die nase fühlst du wie kalt die ist nimm sie doch in die hand um ihn nicht zu verletzen nahm tschitschikow den hund auch bei der nase und sagte eine gute nase ein echter bullenbeißer fuhr nasdrjow fort offen gestanden ich wollte mir schon längst einen bullenbeißer anschaffen porfiri trag ihn zurück porfiri nahm den hund am bauche und trug ihn in den wagen hör mal tschitschikow du musst unbedingt zu mir kommen es sind nur fünf werst wir sind ihm nur da dann kannst du noch immer zu deinem sapakiewicz warum auch nicht dachte sich tschitschikow ich will mal wirklich erst bei nasdrjow einkehren er ist doch nicht schlimmer als die anderen außerdem hat er sich arg verspielt er ist wohl zu allem fähig folglich werde ich von ihm auch was ganz umsonst kriegen gut ich komme mit sagte er aber du darfst mich bei leibe nicht aufhalten meine zeit ist mir teuer so ist es recht bruderherz so ist es schön wart ich geb dir einen kuss dafür nosdrjow und tschitschikow küßten sich so ist's schön jetzt fahren wir zu dritt nein mich mußt du gehen lassen sagte der blonde ich muß nach haus unsinn unsinn bruder ich laß dich nicht nein wirklich meine frau wird sich ärgern du kannst ja jetzt in seinen wagen umsteigen nein keine rede davon der blonde gehörte zu jenen menschen in deren charakter man gleich auf den ersten blick starrsinn sieht man hat noch nicht den mund aufgetan als sie schon zu streiten anfangen sie werden niemals auf etwas eingehen was ihrer gesinnung widerspricht werden niemals dummes klug nennen und vor allem niemals nach einer fremden pfeife tanzen die sache endet aber meistens damit daß ihr charakter sich als weich erweist daß sie sich gerade damit einverstanden erklären was sie ablehnten daß sie das dumme klug nennen und vorzüglich nach der fremden pfeife zu tanzen beginnen mit einem worte sie fangen tapfer an und enden feig unsinn sagte nastriow auf diesen einwand des blonden darauf setzte er ihm seine mütze auf und der blonde folgte ihm herr sie haben den schnaps noch nicht bezahlt sagte die alte gut gut mütterchen hör einmal lieber schwager bezahl du bitte ich habe keine kopeke in der tasche was hast du zu bekommen fragte der schwager was soll ich verlangen väterchen bloß zwanzig kopeken sagte die alte unsinn gib ihr einen halben rubel das genügt vollkommen es ist etwas zu wenig väterchen sagte die alte nahm aber das geld mit dank an und lief sogar voraus die türe zu öffnen sie hatte keinen schaden denn sie hatte im voraus viermal so viel verlangt als der schnaps kostete die reisenden nahmen platz tschitschikows wagen fuhr neben dem wagen in dem nastriow und sein schwager saßen und so konnten sie sich alle drei während der ganzen fahrt frei unterhalten ihnen folgte fortwährend zurückbleibend das kleine wägelchen nastriows mit den mageren mietspferden in diesem wägelchen saß porfiri mit dem jungen hund da das gespräch das die reisenden führten dem leser wenig interessantes bietet ziehen wir es vor einiges über nastriow selbst zu sagen dem es vielleicht beschieden ist nicht die letzte rolle in unserem poem zu spielen ende von abschnitt sechs gelesen von eva k abschnitt sieben von die toten seelen von nikolai wasilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil viertes kapitel 2 nosdrjows gesicht dürfte dem leser einigermaßen bekannt sein solche menschen hat wohl ein jeder oft gesehen man nennt sie geriebene burschen sie gelten schon in der kindheit und in der schule als gute kameraden werden dabei aber recht oft verprügelt ihre gesichter drücken immer etwas offenes gerades und kühnes aus sie schließen sehr schnell bekanntschaften und ehe man es sich versieht fangen sie einen zu duzen an so eine freundschaft sieht zuerst so aus als ob sie fürs leben geschlossen wäre aber meistens geraten die neuen freunde schon am gleichen abend bei einem trinkgelage in streit sie sind immer redselig tapfer zum bummeln aufgelegt und fallen leicht auf nosdrjow war mit seinen fünfunddreißig jahren genau so wie er es mit achtzehn und mit zwanzig gewesen war er liebte es noch immer über die schnur zu hauen die ehe hatte ihn gar nicht verändert umso mehr als seine frau bald nach der hochzeit ins bessere jenseits abberufen wurde und ihm zwei kinder zurückließ für die er absolut keine verwendung hatte die kinder wurden übrigens von einem recht hübschen kindermädchen bemuttert er war nicht imstande länger als einen tag zu hause zu sitzen mit seiner spürnase witterte er jeden jahrmarkt wo es bälle gab und viele menschen zusammen kamen selbst in einer entfernung von einigen dutzend wärst im gleichen augenblick war er schon da und fing am grünen tisch händel an denn er hatte wie alle menschen seines schlages eine große leidenschaft fürs kartenspiel beim kartenspiel verfuhr er wie wir es schon im ersten kapitel sahen nicht ganz korrekt und anständig er kannte viele tricks und kunstkniffe und darum endete das kartenspiel oft mit einem anderen spiel entweder verprügelte man ihn mit stiefeln oder nahm seinen dichten schönen backenbart in behandlung so dass er oft nur mit einer hälfte desselben heim kam die dazu auch noch recht dünn war seine gesunden und vollen backen waren aber schon einmal so beschaffen und enthielten so viel wachstumsbefördernde kraft dass der backenbart sehr bald von neuem wuchs und sogar noch schöner wurde als zuvor das seltsamste aber ist und das ist nur in rußland möglich daß er nach ganz kurzer zeit mit den gleichen freunden die ihn verprügelt hatten zusammenkam und beide teile sich so benahmen als ob nichts geschehen wäre nasdrjow war in gewisser beziehung eine geschichtliche persönlichkeit jede versammlung an der er sich beteiligte endete immer mit irgendeiner geschichte entweder wurde er von gendarmen an den armen genommen und aus dem saale geführt oder seine eigenen freunde sahen sich genötigt ihn hinauszuschmeißen und wenn weder das eine noch das andere geschah so passierte eben etwas anderes entweder besoff er sich am buffet so daß er nur noch lachen konnte oder er tischte solche lügen auf daß er sich schließlich selbst schämen mußte dabei log er ohne jede not plötzlich erzählte er daß er mal ein pferd mit blauem oder rotem fell gehabt habe oder einen ähnlichen unsinn so daß ihn schließlich alle stehen ließen und sagten der fängt schon wieder an seine kugeln zu gießen es gibt menschen die eine leidenschaft haben ihrem nächsten ohne jeden grund einen üblen streich zu spielen mancher mann der sogar von hohem range ist ein edles äußere hat und einen ordensstern an der brust trägt wird sich mit ihnen über die erhabensten und tiefsinnigsten gegenstände unterhalten und ihnen dann vor ihren augen einen ganz üblen streich spielen und dies tut er wie ein ganz gemeiner kollegienregistrator und durchaus nicht wie ein mann der einen ordensstern an der brust hat und über tiefsinnige gegenstände spricht so daß man nur staunt und die achseln zuckt die gleiche seltsame leidenschaft hatte auch nasdrjow je intimer er sich einem menschen anschloss um so üblere streiche spielte er ihm er ließ irgendein gerücht los wie man es sich dümmer gar nicht ausdenken kann machte verlobungen zunichte verdarb geschäfte hielt sich dabei aber keineswegs für einen feind im gegenteil wenn er einem dem er so übel mitgespielt hatte zufällig begegnete behandelte er ihn freundschaftlich und sagte sogar du bist doch wirklich ein gemeiner kerl niemals läßt du dich bei mir blicken nasdrjow war in vielen beziehungen vielseitig das heißt stets zu allem fähig im selben augenblicke machte er ihnen den vorschlag mit ihnen auch bis ans ende der welt zu fahren ein beliebiges lohnendes geschäft zu unternehmen und alles gegen alles zu vertauschen ein gewehr ein hund ein pferd waren für ihn nur tauschobjekte dabei dachte er niemals an seinen vorteil es war nur eine äußerung seiner erstaunlichen lebhaftigkeit und seines temperaments wenn er mal auf einem jahrmarkt einem dummen kerle beim kartenspiel die ganze habe abnahm so kaufte er alles auf was ihm in die augen fiel kummete räucherkerzen kopftücher für das kindermädchen einen hengst rosinen eine silberne waschschüssel holländische leinwand feinstes weizenmehl tabak pistolen heringe bilder einen schleifstein töpfe stiefel faience geschirr so weit ihm das geld reichte alle diese neuanschaffungen brachte er übrigens in den seltensten fällen nach hause meistens verspielte er sie am gleichen tage an einen anderen glücklichen spieler oft fügte er auch noch seine eigene pfeife samt rohr und tabaksbeutel hinzu manchmal auch das ganze viergespann mit dem wagen und dem kutscher so daß er selbst in einem kurzen röckchen oder morgenrock irgendeinen freund suchen mußte der ihn dann auf seinem wagen mitnahm so war dieser nasdrjow beschaffen vielleicht wird man ihn einen abgelebten typus nennen vielleicht wird man behaupten dass es solche nasdrjows nicht mehr gibt doch nein ungerecht urteilen diejenigen die so sprechen nasdrjow wird nicht so bald aus der welt verschwinden er ist immer zwischen uns nur dass er vielleicht einen anderen rock trägt die menschen sind aber von einer leichtsinnigen oberflächlichkeit und immer geneigt einen menschen im anderen rock für einen neuen menschen zu halten indessen rollten die drei equipagen vor nasdrjows hausflur im hause waren keinerlei vorbereitungen für ihren empfang getroffen inmitten des speisezimmers stand ein hölzernes gerüst und zwei bauern weisten die wände wobei sie irgendein endloses lied sangen der boden war ganz mit kalk bespritzt nasdrjow ließ sofort das gerüst mit den bauern hinausschaffen und lief ins nebenzimmer um irgendwelche befehle zu erteilen die gäste hörten wie er dem koch ein mittagessen bestellte tschitschikow der schon einigen appetit spürte berechnete gleich dass sie sich nicht vor fünf zu tisch setzen würden als nasdrjow zurückkam führte er seine gäste ins freie um ihnen seinen besitz zu zeigen im laufe von mehr als zwei stunden hatten sie schon alles besichtigt so dass nichts mehr zu zeigen übrig blieb zuallererst besichtigten sie den pferdestall wo sie zwei stuten sahen eine apfelschimmelstute und eine hellbraune dann sahen sie noch einen braunen hengst der eigentlich recht unansehnlich war für den aber nasdrjow wie er bei gott versicherte zehntausend rubel bezahlt hatte zehntausend hast du für ihn nicht bezahlt bemerkte der schwager er ist auch nicht eintausend wert bei gott zehntausend sagte nasdrjow du kannst schwören so viel du willst entgegnete der schwager was gilt die wette sagte nasdrjow wetten wollte aber der schwager nicht dann zeigte ihnen nasdrjow leere stände in denen früher einmal vorzügliche pferde gestanden hatten im gleichen stalle sahen sie auch einen ziegenbock wie man ihn nach einem alten aberglauben bei den pferden zu halten pflegt und der mit ihnen im guten einvernehmen zu leben schien er spazierte unter ihren bäuchen wie zu hause dann zeigte ihnen nasdrjow einen jungen wolf der an einer kette lag ein junger wolf sagte nasdrjow ich füttere ihn absichtlich mit rohem fleisch ich will dass er recht wild wird dann gingen sie zum teich indem es nach nasdrjows behauptung fische von der größe gab daß zwei mann sie nur mit mühe herausschleppen konnten was sein schwager bezweifelte ich zeig dir gleich ein wunderbares paar hunde tschitschikow sagte nasdrjow die schenkel sind von einer erstaunlichen prallheit und die schnauzen wie nadeln er führte sie zu einem recht hübschen häuschen das von allen seiten von einem zaun umgeben war als sie in den hof traten erblickten sie eine menge von hunden glatthaarige und langhaarige von allen farben rote mit schwarzen schnauzen schwarze mit braunen flecken weiße mit gelben flecken rotbraune gelbbraune schwarzohrige grauohrige da gab es alle erdenklichen hundenamen alle imperativa schieß schimpf flieg feuer frechling streich scheit ungeduld täubchen lohn patroness nosdrjow stand unter ihnen wie ein familienvater da alle hunde erhoben sofort die schweife die man bei hunden ruten nennt und liefen den gästen entgegen um sie zu begrüßen an die zehn stück legten ihre vorderpfoten nosdrjow auf die schultern der schimpf erwies den gleichen dienst tschitschikow und leckte ihn mitten auf den mund so daß tschitschikow sogar ausspie so besichtigten sie die hunde mit den erstaunlich prallen schenkeln es waren gute hunde darauf gingen sie zu einer krimschen hündin die schon blind war und nach nosdrjows behauptung bald eingehen sollte sie sahen sich diese hündin an sie war tatsächlich blind darauf besichtigten sie die wassermühle an der die spindel fehlte um die sich das obere mühlrad dreht und die der russische bauer sehr anschaulich mit hüpfer bezeichnet gleich kommt die schmiede sagte nasdrjow nach kurzer strecke stießen sie wirklich auf die schmiede und besichtigten dieselbe hier auf diesem felde sagte nasdrjow gibt es eine solche menge von hasen dass man vor ihnen die erde nicht sieht neulich fing ich selbst einen mit der hand an den hinterläufen na einen hasen wirst du kaum mit der hand fangen bemerkte der schwager und doch hab ich einen gefangen justament gefangen antwortete nasdrjow jetzt werde ich dich zu der grenze führen wandte er sich an tschitschikow wo mein besitz aufhört nasdrjow führte seine gäste über ein feld das stellenweise aus lauter erdbuckeln bestand die gäste mussten sich zwischen brachfeld und geeckten äckern durchschlängeln tschitschikow begann müdigkeit zu spüren an vielen stellen spritzte unter ihren schritten das wasser empor so tief lag das feld anfangs nahmen sie sich in acht und setzten die füße vorsichtig einen vor den anderen als sie aber sahen dass das nichts nützte traten sie gleichgültig hin ohne zu unterscheiden wo der schmutz größer und wo er kleiner war nach einer gehörigen strecke erblickten sie tatsächlich die grenze die durch einen pfahl und einen schmalen graben bezeichnet war das ist die grenze sagte nasdrjow alles was du auf dieser seite siehst gehört mir und auch alles was jenseits liegt auch jener dunkle wald dort und alles was hinter dem walde liegt gehört mir seit wann gehört dieser wald dir fragte der schwager hast du ihn denn soeben gekauft vor kurzem gehörte er doch gar nicht dir ja ich habe ihn vor kurzem gekauft erwiderte nasdrjow wie hast du es so schnell machen können gewiß ich habe ihn vorgestern gekauft und holst der teufel viel bezahlt du warst doch die ganze zeit auf dem jahrmarkte ach du narr kann man denn nicht zugleich auf einem jahrmarkte sein und land kaufen gewiß ich war auf dem jahrmarkte und mein verwalter hat den wald ohne mich gekauft ja es müßte schon der verwalter sein sagte der schwager schüttelte aber zweifelnd den kopf die gäste gingen den gleichen schlechten weg zum hause zurück nasdrjow führte sie in sein arbeitszimmer in dem übrigens nichts davon zu sehen war was es sonst in arbeitszimmern gibt also weder bücher noch papiere an der wand hingen säbel und zwei gewehre eines dreihundert und das andere achthundert rubel wert der schwager sah sich die gewehre an und schüttelte den kopf dann zeigte er ihnen türkische dolche auf dem einen war irrtümlicherweise eingraviert meister saveli sibirjakov darauf führte er den gästen eine drehorgel vor nasdrjow setzte sie auch gleich in betrieb die drehorgel hatte einen nicht unangenehmen ton aber in ihrem innern war wohl etwas nicht in ordnung denn die mazoka ging plötzlich in das bekannte lied marlboro zog in den krieg über und dieses letztere endete mit einem altbekannten walzer nasdrjow drehte schon längst nicht mehr aber in der orgel war eine ungemein lebhafte pfeife die unmöglich zur ruhe kommen wollte und noch lange allein tönte dann zeigte er ihnen seine pfeifen aus holz ton und meerschaum angerauchte und nicht angerauchte mit und ohne wildlederbezug ein pfeifenrohr mit bernstein mundstück das er vor kurzem gewonnen und einen von einer gräfin gestickten tabaksbeutel die gräfin hatte sich auf irgendeiner poststation in ihn über die ohren verliebt und ihre händchen waren das subtilste superfluh mit diesem worte bezeichnete er offenbar den höchsten gipfel der vollkommenheit nachdem sie zuvor gedörrten stör als vorspeise zu sich genommen setzten sie sich gegen fünf zu tisch das mittagessen bildete für nasdrjow anscheinend nicht den hauptinhalt seines lebens die gerichte spielten keine große rolle einiges war angebrannt und einiges halb roh der koch ließ sich offenbar von einer intuition leiten und tat in die speisen alles hinein was ihm zuallererst in die hand fiel hatte er zufällig pfeffer in der nähe stehen so nahm er pfeffer war es kraut so tat er kraut hinein ebenso milch schinken erbsen mit einem worte alles was sich gerade traf die hauptsache war daß es möglichst heiß sei der geschmack wird sich aber schon von selbst ergeben dafür widmete sich nasdrjow sehr eingehend den weinen die suppe stand noch nicht auf dem tisch als er den gästen schon je ein großes glas portwein und dann je ein glas eau souterne einschenkte einfachen souterne gibt es in den gouvernements und kreisstädten bekanntlich nicht dann ließ nasdrjow eine flasche madeira bringen wie ihn selbst der feldmarschall nicht besser getrunken hat der madeira brannte tatsächlich im munde denn die kaufleute die den geschmack der gutsbesitzer kannten versetzten ihn erbarmungslos mit rum und taten zuweilen auch königswasser hinein in der hoffnung daß ein russischer magen alles vertragen könne dann ließ nasdrjow noch einen ganz besonderen wein auftragen der nach seiner behauptung ein bourgognon und champagnon zugleich war er schenkte sehr eifrig nach rechts und links seinem schwager und tschitschikow ein tschitschikow merkte aber zufällig daß er sich selbst nicht sehr viel einschenkte dies veranlaßte ihn vorsichtiger zu sein und sooft nasdrjow sich ins gespräch vertiefte oder seinem schwager einschenkte sein glas in den teller zu schütten sehr bald darauf wurde ein ebereschen schnaps gebracht von dem nasdrjow behauptete daß er so mild sei wie rahm der aber erstaunlicherweise ganz schrecklich nach gemeinstem fusel schmeckte darauf tranken sie noch irgendeinen balsam dessen namen man sich gar nicht merken konnte und den übrigens auch der hausherr selbst bei nächster gelegenheit mit einem ganz anderen namen bezeichnete das mittagessen war längst zu ende die weine waren sämtlich durchprobiert aber die gäste saßen immer noch bei tisch tschitschikow wollte nicht mit nasdrjow in gegenwart des schwagers von der hauptsache zu sprechen anfangen der schwager war doch immerhin ein fremder der gegenstand erheischte aber eine freundschaftliche unterredung unter vier augen der schwager konnte übrigens wohl kaum gefährlich werden er war ziemlich voll und nickte immer mit der nase vornüber als er selbst merkte daß er sich in einer wenig zuverlässigen verfassung befand fing er zu bitten an nach hause fahren zu dürfen tat es aber mit einer so trägen und matten stimme als zöge er wie der russe sagt einem pferde das kummet mit einer zange über den kopf nein nein ich lasse dich nicht sagte nasdrjow kränk mich nicht freund ich muß wirklich heim sagte der schwager das ist eine schwere kränkung für mich unsinn unsinn wir wollen gleich ein bankspiel inszenieren inszeniere es selbst bruder ich kann aber nicht meine frau wird sich sehr beleidigt fühlen ich muß ihr ja vom jahrmarkt erzählen ich muß ihr wirklich dieses vergnügen bereiten nein halt mich nicht zurück ach hol deine frau der kuckuck etwas wichtiges habt ihr wohl vor nein bruder sie ist eine so gute frau eine wirklich musterhafte ehrenwerte und treue gattin sie erweist mir solche dienste wirst du's mir glauben mir treten sogar die tränen in die augen nein halt mich nicht zurück so war ich ein ehrlicher mensch bin ich fahre heim ich versichere dich auf ehre und gewissen soll er nur fahren was taugt er uns sagte tschitschikow leise zu nasdrjow in der tat antwortete solche waschlappen kann ich nicht leiden dann fügte er laut hinzu gut hol dich der teufel fahr nur zu deinem weib du trauriges mannsbild nein bruder nenne mich nicht trauriges mannsbild antwortete der schwager ich verdanke ihr mein leben sie ist wirklich so gut und nett sie ist so lieb zu mir dass mir manchmal die tränen kommen sie wird mich fragen was ich alles auf dem jahrmarkte gesehen habe ich muß ihr alles erzählen sie ist wirklich so lieb gut fahr hin lüge ihr was vor hier ist deine mütze nein bruder so darfst du von ihr nicht sprechen damit kränkst du ich darf wohl sagen mich selbst sie ist so lieb gut scher dich zu ihr ja bruder ich fahre gleich zu ihr verzeih dass ich nicht bleiben kann ich täte es herzlich gern aber ich kann es nicht der schwager wiederholte noch lange seine entschuldigungen und merkte nicht daß er schon längst im wagen saß längst zum tore hinausgefahren war und längst nur leere felder vor sich liegen hatte es ist anzunehmen daß seine frau von ihm nicht viel über den jahrmark zu hören bekam dieser ekel sagte nosdrjow am fenster stehend und dem sich entfernenden wagen nachblickend wie der sich langsam schleppt das seitenpferd ist zwar gar nicht übel ich möchte es schon längst haben aber mit ihm kann man doch nicht einig werden ein trauriges mannsbild darauf kehrten sie ins zimmer zurück brafiri brachte kerzen herein und tschitschikow merkte in der hand des hausherrn ein plötzlich aufgetauchtes spiel karten was meinst du bruder sagte nasdrjow das kartenspiel seitlich zusammendrückend so daß die umhüllung zerriss und absprang zum bloßen zeitvertreib ich halte die bank mit dreihundert rubeln tschitschikow tat aber so als ob er nichts gehört hätte und sagte plötzlich als sei es ihm erst eben eingefallen ach ja daß ich es nicht vergesse ich habe eine bitte an dich was für eine bitte gib mir erst dein wort daß du sie erfüllen wirst was ist das für eine bitte gib mir erst das wort gern dein ehrenwort mein ehrenwort es ist folgende bitte du wirst wohl viele verstorbene bauern haben die in den revisionslisten noch nicht gestrichen sind gewiß habe ich welche was willst du mit ihnen übertrage sie auf meinen namen was brauchst du sie ich brauche sie eben wozu ich brauche sie es ist schon meine sache mit einem worte ich brauche sie du hast sicher etwas ausgeheckt gestehe nur was was soll ich ausgeheckt haben mit einem solchen dreck kann man doch nichts anfangen was brauchst du sie dann ach bist du neugierig jeden dreck musst du mit der hand betasten und auch noch mit der nase beschnüffeln warum willst du es mir dann nicht sagen warum willst du es mir dann nicht sagen was nützt es dir wenn ich es dir sage es ist ganz einfach so eine laune von mir also hör wenn du es mir nicht sagst tu ich es einfach nicht nun siehst du es das ist unehrlich von dir zuerst gibst du mir das wort und jetzt willst du auf einmal nicht mehr gut wie du willst aber ich tue es nicht eh du mir gesagt hast wozu du sie brauchst was soll ich ihm nun sagen dachte sich tschitschikow nach kurzer überlegung erklärte er ihm dass er die toten seelen brauche um sich gewicht in der gesellschaft zu verschaffen er habe keine großen besitztüme und möchte darum wenigstens einige seelen haben du lügst du lügst sagte naztrov ihn nicht aussprechen lassend du lügst bruder tschitschikow merkte selbst dass seine erfindung nicht ganz geschickt und seine ausrede recht schwach war nun will ich dir die wahrheit sagen verbesserte er sich aber erzähle es bitte nicht weiter ich habe die absicht mich zu verheiraten du mußt aber wissen dass die eltern meiner braut höchst ehrgeizige menschen sind eine schwierige sache ich bin nicht mehr froh dass ich mich eingelassen habe sie wollen nämlich unbedingt dass der bräutigam nicht weniger als dreihundert seelen habe mir fehlen aber beinahe hundertfünfzig daran du lügst du lügst rief wieder naztrov nein jetzt habe ich nicht einmal so viel gelogen sagte tschitschikow und zeigte mit dem daumen auf ein winziges ähnchen seines kleinen fingers ich setze meinen kopf ein dass du lügst das ist schließlich eine beleidigung was bin ich denn eigentlich warum muss ich unbedingt lügen ich kenne dich ja durch und durch du bist ein großer spitzbube lass es dir an aller freundschaft sagen wäre ich dein vorgesetzter so ließe ich dich auf den ersten besten baum aufhängen tschitschikow fühlte sich durch diese bemerkung verletzt jede einigermaßen rohe und unanständige bemerkung war ihm unangenehm er liebte es sogar nicht sich von irgendwem familiär behandeln zu lassen höchstens nur von einer person die in hohem range stand darum fühlte er sich jetzt äußerst schwer gekränkt bei gott ich ließe dich aufhängen erwiderte naztrov ich sage es dir ganz aufrichtig nicht um dich etwa zu beleidigen sondern einfach aus freundschaft alles hat seine grenzen sagte tschitschikow mit großer würde wenn du mit ähnlichen redensarten paradieren willst so geh bitte in eine kaserne dann fügte er hinzu wenn du sie mir nicht schenken willst so verkaufe sie mir ja verkaufen ich kenne dich ja du bist ein schuft und du wirst mir nicht viel geben wollen ach auch du bist gut schau sind sie etwa aus diamanten nun haben wir es ich kenne dich doch aber höre einmal bruder was ist das für eine jüdische geldgier du müsstest sie mir doch einfach schenken gut also hör um dir zu zeigen daß ich durchaus kein filz bin will ich von dir für sie nichts verlangen wenn du mir den hengst abkaufst so kriegst du sie umsonst als zugabe aber erlaube mal was brauche ich den hengst sagte tschitschikow der über diesen vorschlag tatsächlich sehr erstaunt war was du ihn brauchst ich habe für ihn zehntausend rubel bezahlt und lasse ihn dir für viertausend aber was soll ich mit dem hengst ich habe doch kein gestüt höre doch du verstehst mich noch immer nicht ich verlange von dir bloß dreitausend und die übrigen tausend kannst du mir später einmal bezahlen ich brauche keinen hengst Gott sei mit ihm dann kaufe mir die hellbraune stute ab ich brauche auch die stute nicht für die stute und für den grauen gaul den du bei mir gesehen hast will ich von dir bloß zweitausend verlangen aber ich brauche keine pferde du kannst sie doch immer verkaufen auf dem ersten besten jahrmarkt zahlt man dir für sie dreimal so viel verkauf sie dann selbst wenn du überzeugt bist dass man dir das dreifache gibt ich weiß daß ich das dreifache kriege aber ich möchte daß du das geschäft machst tschitschikow bedankte sich für die freundschaftliche gesinnung und verzichtete endgültig wie auf den grauen gaul so auch auf die hellbraune stute nun so kauf mir ein paar hunde ab ich will dir ein paar verkaufen dass es dich kalt überläuft schnauzbärte haben sie die haare stehen wie die borsten die wölbung der rippen ist einfach erstaunlich die pfoten sind so zusammengeballt dass sie kaum den boden berühren was brauche ich die hunde ich bin doch kein jäger aber ich will dass du hunde hast hör einmal wenn du keine hunde willst so kaufe mir die drehorgel ab eine herrliche drehorgel so wahr ich ein ehrlicher mensch bin sie hat mich anderthalb tausend gekostet dir lasse ich sie aber für neunhundert was soll ich mit der drehorgel ich bin doch kein deutscher der mit so einem instrument durch die straßen zieht und bettelt aber das ist doch keine drehorgel wie sie die deutschen haben es ist eine richtige orgel schau nur her sie ist ganz aus mahagoni ich will sie dir noch einmal zeigen nastriow packte tschitschikow bei der hand und schleppte ihn in das andere zimmer wie sehr sich tschitschikow auch mit den füßen gegen den boden stemmte und versicherte daß er die drehorgel schon kenne mußte er doch noch einmal hören wie marlborough in den krieg zog wenn du nichts bezahlen willst so mache ich dir folgenden vorschlag ich gebe dir die drehorgel und alle toten seelen die ich habe und du gibst mir dafür deinen wagen und dreihundert rubel in bar was dir nicht einfällt wie soll ich ohne wagen von hier fortkommen ich gebe dir einen anderen wagen komm nur in den schuppen ich zeige ihn dir du mußt ihn nur neu streichen lassen dann hast du einen wunderbaren wagen der ist von einem teufel besessen dachte sich tschitschikow und entschloss sich auf alle wagen drehorgeln und hunde wie wunderbar gewölbt ihre rippen und wie zusammengeballt ihre pfoten auch sein mögen zu verzichten du kriegst doch den wagen die drehorgel und die toten seelen alles zusammen ich will nicht sagte tschitschikow noch einmal warum willst du nicht weil ich ganz einfach nicht will ach bist du ein mensch wie ich sehe kann man dich gar nicht wie einen freund oder guten bekannten behandeln da sieht man gleich daß du ein doppelzüngiger mensch bist bin ich ein dummkopf oder was urteile selbst wozu soll ich einen gegenstand erwerben den ich absolut nicht brauche sprich bitte nicht so ich kenne dich gut was bist du für eine kanaille also hör wollen wir eine partie bank spielen ich setze alle toten seelen auf die karte und die drehorgel dazu nein sich auf ein kartenspiel einlassen bedeutet doch sich einer ungewißheit auszusetzen sagte tschitschikow und schielte nach den karten die jener in der hand hielt beide spiele kamen ihm etwas sonderbar vor und die gesprengelte rückseite machte einen recht verdächtigen eindruck warum denn einer ungewissheit sagte nasdrov es ist doch gar keine ungewissheit dabei wenn du bloß glück hast kannst du ein vermögen gewinnen da schau dieses glück sagte er indem er ein paar karten hinwarf um tschitschikow appetit zu machen dieses glück das haut nur so da ist ja die verfluchte neun mit der ich alles verloren habe ich wußte es ja daß sie mich verraten wird machte aber die augen zu und sagte hol dich der teufel verrate mich verdammte während nasdrov dieses sprach brachte porfiri eine flasche herein tschitschikow weigerte sich aber aufs entschiedenste zu spielen und auch zu trinken warum willst du denn nicht spielen fragte nasdrov weil ich nicht in stimmung bin offen gestanden bin ich auch kein freund vom kartenspiel warum bist du kein freund tschitschikow zuckte die achseln und erklärte weil ich kein freund bin ein ekel bist du was soll ich machen gott hat mich einmal so erschaffen ein trauriges mannsbild bist du ich glaubte früher du seist ein einigermaßen anständiger mensch du hast aber keinen dunst vom umgang mit menschen man kann mit dir unmöglich wie mit einem freunde sprechen nicht die geringste aufrichtigkeit keine spur von geradheit bis der reinste sapakewitsch so ein gemeiner schuft warum schimpfst du so ist es denn meine schuld daß ich nicht spiele verkaufe mir die seelen allein wenn du ein mensch bist der um jeden mist zittert einen dreck kriegst du anfangs wollte ich sie dir einfach schenken jetzt kriegst du sie aber nicht auch wenn du mir drei königreiche bietest so ein taschendieb ein ofenhocker nun will ich mit dir nichts zu tun haben parfiri geh sag dem kutscher er soll seinen pferden keinen hafer geben sie sollen nur heu fressen auf diesen schluß war tschitschikow gar nicht gefaßt wärst du mir doch lieber nicht in den weg gekommen sagte trotz dieses wortwechsels aßen der hausherr und sein gast gemeinsam zu abend diesmal standen aber auf dem tische keinerlei weine mit phantastischen namen es gab nur eine flasche cyperwein der sich als der reinste essig erwies nach dem abendessen führte nasdrjow tschitschikow ins nebenzimmer wo für ihn ein bett bereitstand und sagte da ist ein bett ich will dir nicht mal gute nacht wünschen ende von abschnitt sieben gelesen von eva k alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020